So singt Mark Forster in seinem Lied Sowieso. Im heutigen Lukas-Evangelium, der Verkündigung des Herrn, lesen wir, dass Marias Alltag auch plötzlich nicht mehr wie gewohnt ist. Sie erhält vom Engel Gabriel die Nachricht, dass sie ein Kind bekommen wird. Nicht irgendeins, nein, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Etwas ganz und gar nicht Alltägliches. Aus dem Nichts steht sie vor einer großen Herausforderung. Täglich stehen auch wir vor Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Ob es im Familienleben ist, auf der Arbeit oder im Freundeskreis, immer wieder kommt etwas dazwischen, eine neue Herausforderung. Aktuell werden wir sicherlich stark herausgefordert, unseren Alltag anders zu leben, als wir es noch vor wenigen Wochen getan haben. Aber sicherlich öffnet diese und alle anderen Herausforderungen wieder Türen für uns. Vielleicht sind diese Türen gerade Spieleabende per Videokonferenz, einen Brief an einen lieben Menschen schreiben, das längst überfällige Telefonat mit einem guten Freund einer guten Freundin nachholen, um im sozialen Kontakt zu bleiben, oder das bewusste Einkaufen, um den Konsum zu überdenken. Viele Dinge, worüber wir uns bisher vielleicht weniger Gedanken zugemacht haben. Egal, es wird gut sowieso, so lautet der letzte Satz des Liedes von Mark Forster. Und ich glaube, dass die Herausforderungen, denen wir im alltäglichen Leben begegnen, uns immer wieder erkennen lassen, dass wir durch die Annahme der Herausforderungen wachsen können und etwas Positives daraus ziehen. Welche Herausforderungen stellen wir uns also als nächstes? Bleiben oder werden Sie gesund? Andreas Juncker, Gemeindeassistent im Dortmunder Westen.